Hallo und herzlich willkommen bei Freaky Finance. Ich bin Vincent und auf meiner Seite geht es hauptsächlich um Finanzen. Aber auch meine zweite große Leidenschaft, das Reisen, wird thematisiert. Ich bin seit über 20 Jahren an der Börse investiert und kurze Zeit später kam die erste Immobilie hinzu. Aber auch in weiteren Anlageklassen wie zum Beispiel P2P-Kredite, Edelmetalle und Crowdinvesting bin ich unterwegs. Darüber und über meine Erfahrungen beim Vermögensaufbau schreibe ich im Blog. Dabei verschweige ich auch eigene finanzielle Fehler und Hindernisse beim Vermögensaufbau nicht. Weitere Infos verlinke ich dir hier unter dem Video und ich würde mich freuen, dich schon bald als Besucher auf Freaky Finance begrüßen zu dürfen.